Ich freue mich sehr, dass ich heute Geburtstag habe. Ich möchte an dieser Weile... So, passen Sie auf, Sie haben ja Geburtstag heute, Sie sind viel zu alt, wir müssen Sie feststellen, Sie fahren jetzt mit. Wohin denn? Ja, mit zur Polizei. Oh Mann, nee, aber darf ich ganz kurz meine Freunde fassen? Ja, Moment, Moment, einen Moment, wir müssen Sie mal eben feststellen, dann können wir das alles reden. Was soll denn so ein Scheiß sein? Ich habe deutsche Staktangültigkeit, ich bezahle Steuern, ich bezahle auch GZ, aber darf ich ganz kurz weiter, ja? Ja, aber ganz kurz nur, ja? Guten Tag, meine liebe Freunde, Familie und Facebook-Fans. Ich möchte ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr bei verschiedenen Wegen, wie WhatsApp, Facebook, per E-Mail, per Telefonate, mir gratuliert habt. Ich fühle mich sehr geehrt. So, jetzt fahr mal, ne? So, komm. Also, eine Frage noch, fahr mal mit Porsche oder... Nein, fahr mit Blaulich, los. Aber ich bin nicht am gewohnt, mit dem Scheiß hier.